Jennifer, würdest du mit mir zusammen zum Essen ausgehen? Ja gern, das wäre nett. Wann willst du gehen? Wie wäre heute? Tut mir leid, aber heute geht nicht. Und morgen Abend? Okay, wann? Wie wäre um neun? Ich denke, dass das zu spät ist. Um sechs. Ja, das klingt gut. Wohin willst du gehen? Das italienische Restaurant in der fünften Straße. Oh, ich mag das Restaurant nicht. Ich will nicht dorthin gehen. Wie wäre es mit dem koreanischen Restaurant daneben? Okay, ich mag das Restaurant. Jennifer, würdest du mit mir zusammen zum Essen ausgehen? Ja gern, das wäre nett. Wann willst du gehen? Wie wäre heute? Tut mir leid, aber heute geht nicht. Und morgen Abend? Okay, wann? Wie wäre um neun? Ich denke, dass das zu spät ist. Um sechs. Ja, das klingt gut. Wohin willst du gehen? Das italienische Restaurant in der fünften Straße. Oh, ich mag das Restaurant nicht. Ich will nicht dorthin gehen. Wie wäre es mit dem koreanischen Restaurant daneben? Okay, ich mag das Restaurant. Jennifer, würdest du mit mir zusammen zum Essen ausgehen? Ja gern, das wäre nett. Wann willst du gehen? Wie wäre heute? Tut mir leid, aber heute geht nicht. Und morgen Abend? Okay, wann? Wie wäre um neun? Ich denke, dass das zu spät ist. Um sechs. Ja, das klingt gut. Wohin willst du gehen? Das italienische Restaurant in der fünften Straße. Oh, ich mag das Restaurant nicht. Ich will nicht dorthin gehen. Wie wäre es mit dem koreanischen Restaurant daneben? Okay, ich mag das Restaurant. Und wenn ich es nicht. Vielen Dank.